Ich will es nicht bemühen, das Wortspiel vom zweiten Frühling, aber es liegt so sehr auf der Hand, denn Dacia hat die zweite Generation des Spring vorgestellt und will damit das günstigste Elektroauto am Markt bleiben. Ich schaue mir mit euch an, was es Neues am Auto gibt, welche zum Teil auch überraschenden Extras und wo man vielleicht trotzdem noch ein paar Abstriche machen muss. Los geht's! Ich sage günstigstes Elektroauto und kann euch nach meinem heutigen Kenntnisstand leider noch gar keinen offiziellen Preis nennen, aber zur Einordnung gesagt, das aktuelle, also das erste Generationenmodell startet bei etwas über 22.000 Euro und in einer ähnlichen Spanne wird sich auch Generation 2 bewegen. So viel ist wahrscheinlich mehr als nur Spekulation. Das hier ist die Ausstattungslinie Extreme, also die höchste aller Ausstattungslinien, die es gibt und die ist nochmal ungefähr 2.500 Euro teurer. Also auch das wird sich wahrscheinlich in Relation beibehalten. Der Preis ist schon mal eine Ansage und ich komme damit gleich zu all den Dingen, die mir am Auto gefallen. Und da wäre zu nennen zum Beispiel der Laderaum, der für so ein mit 3,70 m doch sehr kleines und kompaktes und damit übersichtliches Stadtauto relativ großzügig geraten ist. Das sind 308 Liter, etwas mehr als im Vorgänger und gar nicht so viel weniger als in einem Konkurrenzmodell wie dem Citroën EC3, der nur 2 Liter mehr fasst. Kann man gut gebrauchen, es ist nicht sonderlich variabel, das muss ich an der Stelle noch erwähnen, weil ich hier gerade am Kofferraum stehe, denn die Sitzbank hier, die kann ich nur als Einzelteil umlegen, die ist nicht getrennt umlegbar, aber geschenkt. Lege ich sie um, habe ich knapp über 1000 Liter Stauvolumen und damit würde ich sagen, kann man schon mal ganz gut arbeiten. Wenn ich jetzt noch eine Dachbox wünsche, wir blenden euch mal die erste Generation ein, dann fällt euch was auf, die Dachreling, die gibt es nicht mehr, kann ich hier also nicht haben oder müsste einen anderen Basisträger installieren, aber ab Werk hat sich Dachreling dagegen entschieden, diese Rehling nochmal zu verbauen, hat das Gewicht gespart, weil im normalen Anwendungsbereich dieses Fahrzeugs hat eh keiner eine Dachbox drauf. Denn, und auch das gibt nochmal hier Aufschluss darüber, das soll eine Stadt von oben sein, es ist ein Auto gedacht für die Stadt oder für die Berufspendler, die vielleicht etwas außerhalb der Stadt leben, aber trotzdem keine allzu weiten Strecken zurücklegen und Thema Gewicht, das ist etwas, was ich wirklich gut finde. Das Auto wiegt weniger als eine Tonne und für ein Elektroauto ist das schon eine Ansage, denn damit ist der Dachreling nicht nur das günstigste, sondern auch eines der leichtesten Elektroautos, die es gibt. Hängt natürlich damit zusammen, dass der Akku hier drin nicht zu groß ist, aber dazu komme ich später zu sprechen. Was mir auch gut gefällt, ist die Designüberarbeitung. Dachreling hat natürlich die aktuelle Designsprache der Marke aufgegriffen, die mit dem neuen Duster eingeführt wurde und das steht dem Spring richtig gut. Das ist alles etwas vertikaler geworden, etwas robuster, das erkennt man hier in den Kunststoffverkleidungen, die auch so ein bisschen einen Offroadigen Charakter haben. Ihr wisst, was ich meine, das ist natürlich nichts, was mit Offroad wirklich zu tun hätte, aber es sieht halt etwas nach Abenteuer aus. Und das ist ja genau, wo die Marke hin möchte, sich so ein bisschen als Abenteuermarke zu inszenieren. Passend dazu die neue Y-förmige Lichtgrafik hier. Auch das von der Marke gelernt, ist eben State of the Art für Dacia und macht sich alles in allem überraschend, fast schon überraschend hochwertig. Auch der neue Lack hier, Brick Red, Backstein Rot. Das ist, falls ihr es nicht sehen könnt, sogar ein Metallic Lack. Der glitzert hier ganz schön im Licht, man muss allerdings nah rangehen, um das zu sehen. Also, die Leute bei Dacia haben sich Mühe gegeben, ein modern gestaltetes Auto auf die Räder zu stellen, das erstmal gar nicht nach Verzicht aussieht. Und das ist ein Eindruck, der sich auch im Innenraum fortsetzt. Da gibt es tatsächlich ein paar Überraschungen und deshalb springe ich mal rein. Hier drin schaue ich erstmal in ein übersichtlich gestaltetes Cockpit, aber auch ein logisch gestaltetes Cockpit. Und das Raumgefühl ist trotz der geringen Außenabmessungen gar nicht so klein, wie das Auto aussieht. Ja, der Kopf hat relativ viel Platz. Nach oben ist da keine Gefahr anzustoßen. Die Sitze sind bequem, die fassen gut ein. Hat man erstmal nichts zu motzen hier. Alle Bedienelemente sind gut erreichbar. Und das neu gestaltete Lenkrad, finde ich, macht auch eine gute Figur hier drin. Das kennt jeder, zumindest die Bedienelemente hier, der schon mal in einem Renault-Modell saß. Denn das sind natürlich von dort entnommene Tasten. So auch der obligatorische Satellit hier hinter dem Lenkrad, mit dem ich laut, leise und sowas machen kann. So meine Musikwiedergabe steuern. Und mit der Musikwiedergabe kommen wir zum eigentlichen Schmuckstück hier drin. Das ist nämlich das Infotainment-System. An sich wäre so ein 10-Zoll-Infotainment ja nichts super Besonderes. Aber das ist hier ein System, das so schnell reagiert, wie ich es im günstigsten Elektroauto auf dem Markt gar nicht erwartet hätte. Und was von der Funktionalität her sehr gut den Spagat hinkriegt zwischen modernen Features, aber gleichzeitig auch einfacher Gestaltung und Übersichtlichkeit. Ich kann hier die Kontrastfarben ändern, so kleine Spielereien machen, was ich persönlich immer ganz nett finde. Aber funktional vielleicht die wichtigste Info. Also ihr seht schon hier Apple CarPlay, Android Auto, das sind die Logos. Hier steht zwar Gerät anschließen, was ich machen könnte mit einem der beiden USB-C Anschlüsse, aber ich kann es auch drahtlos spiegeln, also CarPlay oder Android Auto drahtlos nutzen, indem ich einfach die Bluetooth-Verbindung hier kopple und habe dann meine ganz normale Google- oder Apple-Navigation, die ich benutzen kann. Müsste ich aber gar nicht, denn das ist eine kleine Überraschung, mit der ich nicht gerechnet hätte. Das serienmäßige Navi im großen System, das an sich wiederum optional ist, ist ein Connected-Navigationssystem für acht Jahre kostenlos. Also Echtzeitverkehrsdaten, immer aktuelle Karten, das ist Over-the-Air-Update-fähig. Und das finde ich schon eine Ansage, ist gut gelöst. Das Kartenmaterial, was dahinter liegt, ist von hier, also auch kein No-Name-Anbieter. Funktioniert schnell, zuverlässig, kann man nicht motzen. Und es gibt zudem Funktionen, ich gehe mal ins Elektro-Menü, die ich ganz gut gebrauchen kann für meinen Elektroauto-Alltag. In dieser Übersicht sehe ich zum Beispiel, welcher Verbraucher gerade Strom aus der Batterie zieht. Ist auch ganz interessant, im Moment nur die Klimaanlage. Ich kann hier Ladezeiten programmieren, kann hier schauen, wie soll der Akku maximal geladen werden. Das kann ich hier ganz problemlos einstellen. Und das hier, das gibt schon, seht ihr hier unten, einen kleinen Hinweis auf die nächste Überraschung. Denn der Dacia Spring verfügt über die Funktion Vehicle to Load. Sprich, es gibt einen kleinen Adapter, den ich vorne in die Ladebuchse stecke. Und über den kann ich dann Elektrogeräte betreiben. Kann zum Beispiel ein E-Bike laden, ich könnte eine Kaffeemaschine betreiben oder meinen Laptop laden, was auch immer. Und das ist eine neue Technologie, die ich in diesem Segment nicht erwartet hätte. Umso überraschender, dass Dacia das verbaut hat. Der Renault-Konzern, zu dem Dacia gehört, bringt auch eine neue Wallbox raus, die Vehicle to Load, Vehicle to Grid fähig sein wird. Und insofern passt das alles ganz gut zusammen. Dann der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, hier das zweite Display. Das ist 7 Zoll groß, ist individualisierbar. Also ich kann hier verschiedene Ansichten einblenden und kann es gut ablesen. Die Elemente sind groß genug, also digitales Cockpit ist heutzutage eben einfach State of the Art und deshalb darf es auch in diesem Fahrzeug nicht fehlen. Was mir auch gut gefällt, das sind die Sitze hier drin. Die sehen zumindest in der Extreme-Version schon mal ziemlich schick aus mit diesen abgesetzten Nähten. Wirken sehr gut verarbeitet, fest gepolstert, nicht irgendwie schnell durchgesessen. Die geben auch guten Seiten halt, die Wangen, die gehen relativ weit raus. Natürlich ist die Sitzfläche relativ schmal, aber das ist bei einem kleinen Auto nun mal so. Da kann man nichts dran ändern, aber erstmal machen die einen guten Eindruck. Generell die Verarbeitung hier drin macht erstmal einen guten Eindruck, auch wenn das, ihr hört es, natürlich harte Kunststoffe sind. Aber irgendwo muss so ein günstiger Preis eben auch herkommen und das bringt mich zu den paar Aspekten, wo ich mit dem Dacia Spring eben Abstriche machen muss. Und dazu komme ich jetzt. Für euch als automobiles Fachpublikum sind die gebotenen Abstriche hier wahrscheinlich keine Überraschung. So zum Beispiel die Reichweite. Sicher ist der Dacia Spring kein Reisefahrzeug, denn laut WLTP schafft er 220 Kilometer. Und wir wissen alle, in Wahrheit wird dieser Wert noch ein bisschen schrumpfen. Besonders spritzig geht es auch nicht voran. Was die Motorisierungen betrifft, bleibt es bei den gewohnten 45 PS oder den optionalen 65 PS. Übrigens beide mit demselben Akku gekoppelt. Da gibt es jedenfalls keine Auswahlmöglichkeiten. Die Assistenzsysteme sind auch nicht so richtig überraschend her in diesem Segment begrenzt. Da ist eben das drin, was vorgeschrieben ist, sprich ein Frontkollisionswarner ist am Start. Ich habe jetzt auch Verkehrszeichenerkennung, Spurverlassenswarner. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Im Vorbereich ist der Sitzplatz, das Raumangebot für Menschen über 1,70 kmh kein besonderes Vergnügen. Auch der Einstieg ist vergleichsweise schmal, aber sonderlich oft werden wahrscheinlich vier erwachsene Menschen nicht in diesem Fahrzeug unterwegs sein. Deswegen wäre das vermutlich auch verschmerzbar. Was noch zu beanstanden ist, ist die Variabilität. Ich habe schon erwähnt, hinten die Rücksitzlehne, die ist nur als ein Teil umlegbar. Das Lenkrad lässt sich nur in der Höhe verstellen, der Sitz wiederum lässt sich nicht in der Höhe verstellen, sondern nur längs und die Lehne eben. Und ich muss ein bisschen länger suchen, bis ich meine gewünschte Sitzposition gefunden habe. Aber dafür nochmal habe ich ein konkurrenzlos günstiges Elektroauto gekauft und das ist doch auch was wert. Apropos kaufen, das geht dann ab Sommer 2024 und rechtzeitig vorher, würde ich mal vermuten, können wir euch auch noch offizielle Preise nennen. Für heute war es das auf jeden Fall. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.